hallo willkommen zu einem neuen video in eigener sache und zwar geht es um den jugendezernent des landratsamt alp donaukreis der josef barabasch der eine kindeswohlgefährdung begangen hat ich habe da schon zwei videos dazu gemacht bevor ich in die details reingeht der hinweis wenn ihr über alle neuen videos benachrichtigt werden wollt dann abonniert unseren kanal den freifam kanal auf youtube aktiviert die glocke damit ihr auch wirklich über alle neuen videos informiert werdet ja der herr josef barabasch den man hier auf einem foto sieht das auf der website der schwäbischen zeitung veröffentlicht wurde der hat ja wie schon in zwei videos erzählt habe auf einschreiben von mir an den landrat geantwortet wo ich gefragt habe was hat das jugendamt getan wegen der psychischen folter gegen unsere kinder die die mutter und ihr umfeld gegen die kinder ausüben da hat das jugendamt im hausbesuch bei mir im september 2009 sind davon erfahren da habe ich den landrat gefragt der hat es dem herr josef barabasch weitergeleitet der hat mir geantwortet und hat irgendwas geschrieben von einem familienhelfer der jetzt nicht mehr im haushalt der mutter tätig ist das war völlig am thema vorbei war keine antwort auf meine frage dann habe ich den herrn josef den herrn landrat noch mal gefragt der und habe die frage noch mal dick unterstrichen habe noch mal eine eidesstaatliche versicherung eines zeugen beigelegt der bei dem hausbesuch dabei war er hat bezeugt dass sich das jugendamt auf die psychische folter die psychische gewalt im umfeld der mutter hingewiesen habe und habe auch noch einen ausschnitt aus der stellungnahme eines psychotherapeuten hinzugefügt in dieser zweiten frage anfrage an den landrat damit wirklich klar ist worum es geht und dann hat der josef barabasch mir wieder geantwortet und hat gesagt da gab es keinen anlass für das jugendamt etwas zu machen und das interessante ist dass eben zwischen diesen zwei antworten des josef barabasch habe ich den herrn barabasch wegen kindeswohlgefährdung beim amtsgericht ulm angezeigt und dazu wurde auch ein verfahren eingeleitet das jetzt also am laufen ist und das heißt der herr josef barabasch hätte eigentlich wenn es beim landratsamt mit rechten dingen zugeht mir gar nicht mehr antworten dürfen weil er ja befangen ist ist ja klar wenn er selber hier eine kindeswohlgefährdung begeht indem er sich die sachen nicht richtig anschaut sie nicht richtig einschätzen kann und seinen eigenen leuten vielleicht falsch beraten wird er sein dezernat vielleicht schlecht führt ja oder die eigenen leute ihnen anlügen um sich selber zu schützen oder der herr barabasch vielleicht die sachen vertuscht wenn es dann dazu ein verfahren am amtsgericht gibt und der herr barabasch trotzdem dann mir noch antwortet danach das geht nicht also das darf nicht sein und da gibt es im paragraf 17 sgb 10 und da habe ich den herrn josef barabasch abgelehnt und habe beantragt dass er jegliche mitwirkung an verwaltungsverfahren die mit mir und meinen kindern zu tun haben in zukunft unterlässt und darauf habe ich noch keine antwort vom landratsamt und warte dann noch ob dieser antrag auch vom landratsamt so bewilligt wird und sich der herr josef barabasch zukünftig heraushält ich frage mich halt wer das ganze dann in zukunft macht weil wenn ja der behördenleiter eine kindeswohlgefährdung begeht und dann noch als befangen sogar dann noch briefe schreibt in der sache und sich da nicht zurückhält wer bleibt dann noch am landratsamt alp donau kreis da bleibt eigentlich nur noch der landrat selbst und deshalb richtig auch gerade alle diesbezüglichen schreiben an den landrat und schauen wir einfach was der macht ob er weiter das dezernat vom herrn barabasch einbezieht in das ganze oder ob er sich sagt vielleicht sind die ja alle befangen im dezernat alle die dem herrn josef barabasch unterstehen ich halte euch natürlich auf dem laufenden wenn ihr unterrichtet werden wollt automatisch von neuen videos dann abonniert unseren frei vom kanal auf youtube aktiviert die glocke damit ihr wirklich über alle neuen videos benachrichtigt werdet und wenn ihr selbst erfahrungen habt mit dem jugendamt familiengericht dass euch das kind weggenommen wird in obhut oder das jugendamt oder familiengericht nicht hilft bei kindeswohlgefährdungen dann schreibt an info.freifam.de wir berichten gerne darüber wir machen am allerliebsten auch ein video mit dir direkt das wird dann auf youtube veröffentlichen aber schon einige gemacht die kriegen immer viele zuschauer danke fürs zuschauen bei diesem video und ihr könnt auch unsere sache unterstützen finanziell die spenden information findet ihr in dem link der jetzt im abspann gezeigt wird danke nochmal fürs zuschauen und tschüss